Vor ein paar Wochen hat mich mein Onkel Peretz aus Israel besucht. Wir waren einen Tag in Wien unterwegs, um Orte seiner Kindheit zu besuchen. Seine Erinnerungen sind bis heute noch sehr lebendig. Begleitet uns dabei! Mein Name ist heute Peretz Schakete, ich wurde geboren als Kurt Paul Mandler, meine Mutter war Wienerin, wollte unbedingt Kurt, mein Vater hatte irgendwelche ungarische Beziehungen, obwohl ich auch in Wien geboren wurde und da hat er mich Kurt Paul genannt und ich bin heute sehr froh, dass ich wieder in Wien bin. Alte Erinnerungen und ich bin frohlich, dass ich kurz mein Leben erzählen kann. Wir sind an Neulinggasse im dritten Bezirk, dort habe ich mein ganzes Leben verbracht bis zu meinem 13. Lebensjahr. Wir haben in diesem Haus in Mezzanin, Tür Nummer 9 gewohnt. Ich kann mich nicht mehr an viele Leute erinnern, ich kann mich nur an einen gewissen Herrn, einen Baumeister, der hatte zwei Söhne. Ich glaube drei Tage nach dem Anschluss waren sie bereits in der SA-Uniform, die beiden jungen Leute. Ich kann mich erinnern, wir sind einmal allein darauf gegangen und da hat einer gesagt zu meiner Mutter, küsst die Hand, gnädige Frau, also niemand hat es gehört. Also es gab auch solche. Dann wurde mein Vater verhaftet, auch mit anderen drei Onkeln, die wurden nach Buchenwald ins Konzentrationslager. Mein Vater kam hier bei der Polizei, ich glaube zum Zoll, weil er mit Zoll zu tun hatte. Aber er hatte dort ein oder zwei ehemalige Kollegen vom Ersten Weltkrieg, er war ein Offizier. Und scheinbar das hat ihm das Leben gerettet und nach drei Tagen kam er unrasiert nach Hause, also er hatte Glück. Wir sind der 6 Krügelgasse, das war in meiner Zeit die Volksschule. Heute sind das die Büros des dritten Bezirks, mit dem Museum vom dritten Bezirk. Damals war das meine Volksschule, vom ersten bis der vierten Klasse. Und ich habe mich erinnern, es ist nämlich sehr nah an unserer Wohnung, also ich bin dann zu Fuß gegangen nachher, der Schultasche. Auch damals war bereits dieses schöne Springbrunnen und ich hatte einen Pfadfinder, der war ein Vorgesetzter sozusagen, an den kann ich mich ja erinnern, er hat nämlich mit meiner Schwester angefangen, angewandelt mit meiner Schwester und durch mich wollte er selber zu ihr gelangen. Und mit dem habe ich Verbindung bis heute noch, der wohnt in Israel, der ist jetzt 96 Jahre alt, chauffeiert noch immer und mit dem treffe ich mich manchmal, um so Erinnerungen auszutauschen. Also wir sind, ganz zufälligerweise hat uns jemand von draußen gesehen und hat uns eingeladen können. Und so sind wir jetzt in dieser Klasse, die ich 80 Jahre nicht gesehen habe, 79 Jahre, das ist die Klasse, von wo meine Schultasche von diesem Fenster herausgeworfen wurde. Also es ist unglaublich, es hat sich nämlich nicht viel geändert, natürlich Tische und das ist alles ganz neu, ganz anders. Aber ich kann mich auch erinnern, jeder hat aufgehängt, seine Mantel, einen Haken, ich kann mich auch erinnern an den Wasserhahn, ich glaube, der war derselbe, vielleicht oben der Hahn nicht, aber unten, das Labor war genau derselbe. Und draußen hatten wir keine, jeder hatte kein einzelnes Fach, sondern jeder hatte seine Schultasche unter dem Tisch und so weiter. Also von hier, von diesem Zimmer, haben die Nazis gegrölt, Saujuts gehen nach Palästina. Und das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich nach Palästina gegangen, wo ich die letzten 79 Jahre wohne und lebe. Aber das war sehr interessant, noch einmal den Kreis meines Lebens zu schließen und ja, dass ich auch das gemacht habe. Danke. Irgendwas eigentlich, irgendeinen Unsinn. Fertig. Fertig.